P.C. on the track P.C. on the track P.C. on the track P.C. on that Is he romain點 happy P.C.? a live on that D fired it is also the fight if number is up Da hinten ist einer, direkt angepinnt. Weak, leicht. Wow, gib mir Sniper Shot, kannst du mir bitte helfen? Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ich heil mich. Ah nein, kann ich nicht. Habe ich noch, noch. Lass rechts umlaufen wir. Links neben mir ist einer. Ich baide ihn, ich baide ihn. Er ist Shieldbreaker, er pusht mich jetzt. Oh nein, noch einer. Warte, 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 leise, leise, leise. Nein. Wo ist er denn? Ah, er ist hinterm Shield. Er ist im Headpitch, größter Headpitch der Welt. Gib ihm Outgun, Andorjka. Oder Olo uns, Olo uns, Olo uns. Er challenge mich, er wird da für drei Jahre hinterm Shield sitzen. Wo ist er denn? Lass ihn weglaufen. Er war echt in so einem ecklen Headpitch, Jungs. Ich hab's versucht, aber ich wollte jetzt nicht, dass wir alle in Gulag sind. Ich brauche ihn neben mir. Er kommt die andere Seite bei dir, da wo du hinguckst. Leise, leise. Schaut links vor mir, bitte. Habt ihr mein Weg? Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Aber auch nur, nur noch wieder gewesen. Nehmen wir noch. Oh Mann, wo sind die denn alle, Digga? GG. Er ist direkt auch wieder durchgezogen, ne? Man bringt Hilfe. Aber so ist gut, wenn wir zusammenbleiben, dann können wir schon traden, Digga. Bei den grünen Häusern, bei den grünen Häusern. Er übernehme das Steuern. Ich kaufe nicht schneller. Ich laufe kurz. Äh, hinter euch, hinter euch, hinter euch. Hinter dir. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice, nice. Ohne Aim assist. Ne, die grünen hat der. Ach so, ja. Vor mir, vor mir Gegner. Beim Stein Headpitch, Stein Headpitch. Lass ihn hier aufs Dach, oder? Ja, ich geh kurz hier hoch ins Haus. Ja, das mein ich, das darf ich. Ich hab, glaub ich, einen guten Engel gleich auf ihm, wenn ich hier aus dem Fenster schieße darf. Achtung, das liegt nicht. Hab ihn genockt an einen. Okay. Ist da noch einer? Hier hinterm Felsen, ist er nockt? Ja, hier in dieser Kuhle liegt noch einer. Wechsel uns, wechsel uns. Umdrauf, umdrauf, Felix, umdrauf, umdrauf. Hab noch einen nockt, noch einen nockt an der Kuhle. Ich hab draußen, Felix. Ich hab draußen, du meinst, das ist coole. Sie werden sich gleich überhalten. Nein, hinter uns hinter uns. Ich hab doch gesagt, obendrauf. Wo denn? Wo denn? Bei uns obendrauf. Ja, ne Leiter an der Leiter an der Leiter an der Leiter. Weil ich dachte, du meinst, neben uns auf dem Haus obendrauf. Ne, ne, ne. Da ist die Leiter hochgekommen. Leise. Ich muss auch noch, Anton. Ja, ja. Draußen sind die noch zwei nockt gewesen von mir. Ja, ja. Ander, der eine ist tot. Das heißt, in der Kuhle liegt noch vielleicht einer. Bist du hochgeklettert? Ich bin hochgeklettert. Ah, noch einer ist tot. Da sind noch zwei. Zwei, zwei, zwei. Drei, 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 drei. 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 Einer... Einer nockt. Ja. Guck hier. Nicht push legen. Hinter dem Haus. Ah, ich guck rechts auf. Na ja. Hab einen nockt. Kommt mit vorkommen. Ich komm von der anderen Seite. Jungs, wir sind die Besten. Wusste gar nicht. Ja, richtig geile Runde. Bist du jetzt? Wir holen ihn gleich. Waste auf mich. Nein, 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 nein. Zwei. Ich bin... Oh, 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 oh. Einen hab ich. Noch einer. Ah, hab ich beide. Hier ist grad ein Fenster kaputt gegangen bei mir. Zwei hier. Zwei hier. Zwei hier. Zwei hier. Zwei hier. Noch einer. Noch einer. Ich hab beide direkt. Hier in dem Haus auch. Ein teammate noch hinter ihm. Er ist weggezogen. Er ist durchgezogen, ja. Hier ist einer durch durch die Tür. Die sind da jetzt hinter diesen Tanks halt. Einen genockt, Jungs. Kommen zu euch. Ich hab rechts den Pre-Aim. Wenn er jetzt hier rauskommt. Hab beide. Na, schön. Ich werf einen Samtex-Random hoch. Ich hab Samtex-Random hochgeworfen schon. Die haben Angst. Jetzt kommt. Ich hab gutes Timing. Warte, warte. Über dir. Über dir. Zwei. Zwei. Wo ist der andere? Über dir. Links über dir. Ich überwarte mich. Hab alle. Hab alle. Okay, okay. Hol mich. Ich hab so geiles Timing. Teamwipe. Teamwipe. Schön. Oh, dein Ass. So geil, Felix. Ich geh gerne so. Halte ich dir immer ins Gesicht, Mann. Okay, das war jetzt zu viel. Das war echt viel zu viel, Digger. Schüssel von links. Superstar. Superstar, glaube ich. Hinter mir auch noch. Einer hat mein Platz geschlossen. Ich bin komplett tot fast. Oh, Digger, die schwitzen schon. Ich bin genug. Ich bin genug. Die kommen groß gepusht bei euch schon, ne? Ja. Ante, du hast keine Platten, ne? Ist close einer bei dir. Warte, warte, warte kurz bitte. Ich hab Claymore. Einer ist safe drin schicken bei euch im Haus. Safe. Mindestens einer. Ich lese es nach der Runde vor, Leute. Dankeschön. Die sind unter uns, Felix. Jetzt. Jetzt, Nick. Einer, einer ist weak. Ich guck mal, ob ich noch da bin. Zwölf Meter, zwei Leute unter uns. Rechts von mir. Hinter der Mauer. Nein, ich bin... Ich hab Self-Helf. Alles gut, alles gut. Hinter, hinter, hinter dem Zaun, Felix. Da vorne ist er, beide da. Nein. Ja, ja, ja. Er ist... Ab einlocked, Felix. Nein. Ich bin knocked, ich bin knocked. Ich mach Self-Revive. Mach Self-Revive safe. Soll ich kommen zu euch oder nicht? Nein, nein, nein. Ich hab den anderen gerade unter Druck gesetzt. Ja, warte. Ich krieg ihn, ich krieg ihn, ich krieg ihn. Wo ist der? Markier, markier, markier. Ich hab beide, ja. Schön, schön, schön. Ich hab hier ein Buggy, Anton. Ich hol noch Platten, ich hol Platten. Komm, 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 komm. Direkt zweimal durchdrücken. Ich heb auf und dann fahren wir los. Da sind aber noch... Wir können noch die einen looten, ne? Die Sohn ist nicht weit, ne? Die Sohn ist nicht weit. Hap, 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 hap. Alter, ich bin mich stolz auf uns gespielt heute. Ich als Team zusammen. Ich kann dir eine geben, ja? Komm her, komm her. Erstmal ein Herz für dich. Lass mal die rechts... Rechts ab. Ohhhh. Sorry. Er hat da einfach gesessen. Er ist nach rechts weggelaufen. Er muss jetzt bei dir fiechen. Ich bin hier auf dem Dach. Warte, warte. Er cross hier. Warte, warte. Der ist weak. Warte, ich komm von rechts noch. Warte, ich komm von rechts noch. Meiner Shield Break, meiner cross. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Der andere ist noch hinter der Mauer da, links. Aim du links von der Mauer, okay? Ja, ich hab hier hinten. Wenn er von rechts kurz sich zeigt. Ich muss, ist das Problem. Er hat full focus auf mich. Er ist, äh, Shield Break, Shield Break, Shield Break. Shield Break, Shield Break. Shield Break, das andere. Einen Shield. Okay. Der ist so auf Shield Break geschlossen, ne? Hatte der noch welche? Nee. Ich hab zwei noch. Panthorn hat noch zwei. Ich kann dir zwei geben. Komm her, komm her. Nochmal spülen für dich. Na, ehre. Dann stipe was mit Schalllimper, ne? Felix? Äh, ja. Warte, danke, aber ja. Hallo. Hallo. Was ist das? Oh mein Gott. 0,1 Sekunden. Alter. Aber warum? Ich check das nicht mit Out of Zone. Achso. Guck mal auf die Map oben links. Das rote, diese roten Balken. Die sind vor uns. Ja, rechts, rechts unter uns. Warte, ich schieße auf den einen, der da snipet. Habe ihn knocked. Schön. Digga, ich hab meine 4 einfach auf Einzelschuss richtig lost. Die snipen halt jetzt, ne? Aufpassen. Ja, von unten, von unten. Durch? Hier unten. Ah, hab das Ding gemacht. Ah, Digga. Ich hab Self-Revive. Oder kannst du mir noch helfen? Ja. Shit. Okay, jetzt aufpassen, Digga. Die snipen uns. Naja, aber die müssen kommen. Die müssen kommen oder nach links flossen. Also alles gut. Sind hier noch Platten? Hast du noch eine Platte für mich? Nee, ich hab grad... Ach, war dumm, dass ich mir die gegeben hab, übrigens. Die kommen über rechts hoch, pass auf. Noch nicht so close, aber sie kommen hier. Ich liege hier einfach, Digga. Ich liege, ich liege. Direkt an der Zone, direkt an der Zone. Ich hab einen Shield-Break gegeben. Der meint, das war grad eine Leiche. Bro, ich hab rechts. Die sind über links gegangen. Die sind über links gegangen. Noch eine Granate. Noch eine. Die kommen hier hoch. Von einer close. Oder noch... Nee, der wurde von jemand andern gelockt. Noch drei Gegner, pass auf. Wir haben beide. Ein Team, ein 3er Team. Die wohnen vorhin. Wait, 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 wait. Ich geb mir Platten. Haben die noch mehr Platten gehabt? Lass hoch, lass hoch die Zone. Hast du noch Platten oder nicht? Nee, 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 nicht. Beim anderen Loot wären noch welche. Warte jetzt, wir dürfen einmal jetzt nicht gesypt werden, Digga. Wie viele leben noch? Drei, ne? Drei, ein 3er Team. Ich glaub, die waren an den Rocks und sind jetzt noch links. Bro, ich hab noch Pillar. Ich kann damit doch echt Druck machen. Da hat einer auf uns geschossen, ne? Die Snipe schießt nach uns. Nach uns, ja. Lass schossen hier. Von links unten, von links unten. Hast du sie gesehen? Nee, nee, markier, markier. Einer Snipe, einer Snipe. Noch weiter hinten, noch weiter hinten. Boah, ich hab mich angesnipet. Ich hab 0,0 Leben einfach. Die anderen werden close sein, Digga. Hä? Ich hab self-envive zu machen, das ist zu riskant. Wenn ich dich... Ich hab... Keiner angeblich. Ich bin in der Zone, Bro. Ich bin in der Zone hinterm Baum. Ja, ich auch. Das chillen? Das chillen? Nein, die kommen schon links. Die kommen schon links. Nein, 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 nein. Ich hab self-envive, ja. Ich hab einen gesehen, Bro. Warte, ich muss kurz warten. Alles oder nichts. Ja, Digga. Ich hab self-envive, ja. Ich hab einen gesehen, Bro. Ich hab zwei Seiten gefickt. Anton hat einen Lock, oder? Ich hab einen Lock, ja. Einer rechts, einer links, hier. Ich schieß auf den rechten. Den gestand. Anton holt den rechts. Einer nach oben. Einer nach oben. Einer nach oben. Links, 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 links. Da, wo ich markiert hab. Noch einer. Ja! Schön. Let's go! Das war ein Faskerplay von dir. So, Digga. Das ist jetzt das Bild. Battle Royale. Noch nicht abschalten. Gleich geht's auch schon weiter mit der nächsten kranken Runde. Das war schon mal ein heftiger Endfight. Und Felix, immer mit Humor nehmen. Ich mach mich gerne drüber lustig. Aber jetzt, weiter geht's. Seht ihr, wo ich hinschieße? Ja. Ist bisschen schwierig, grad den zu holen. Sein teammate ist rechts. Sein teammate rechts. Down. Okay, hab einen, ja. Hab hinten drauf Shield-Fit gegeben. Noch einer. Müsst du jetzt holen. Hab einen, finished. Finished, finished. Ich springe runter. Lass Anton hinterher, oder? Winkt ja nichts jetzt hier. Den allein zu. Er ist hochgefahren. Ne, ne, er ist unter dir, unter dir, unter dir. Bitte, hinter dir, hinter dir. Habe ich. Good call. Alle Türen sind zu. Wollen wir hier rein? 20 Meter, drei Leute auf Herstückssensor. Spezialkommando. Hab 2 zu 4. Und wenn ihr sagt, wo die sind, dann schmeißt die sind oben. Die sind oben. Rechts, 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 rechts. Ah, links auch noch einer. Luft einmal raus. Achtung, geh zurück. Warte mal, Heli. Ich, äh, Pillar, Pillar, Pillar. Liegen wir. Liegen wir. Nein. Der eine ist runtergesprungen. Alle springen raus, alle springen raus, ja. Ab ihn, knock, knock, ja. Jungs, der kämpft da im Haus. Lass ihn bitte pushen. Naja, er ist hier drin. Naja, er ist hier drin. Naja, er ist hier drin. Kaffee, nafee. Gestört. Oh mein Gott, Digga. Schön Zeitungen gegeben, Leute, oder? Das Auto rechts, hast du Raketenwerfer? Ja, ja, ja. Ich hab, äh, ich hab Dinge. Schlammer sie weg, schlammer sie weg. Ich hab 4. Jibbi. Zwei Leute. Boah. Hier vor mir im Haus drei Leute. Eine knock. Warte, warte, ich finische die. Die werden von einem anderen Haus gepusht, hier. Von oben werden die gefightet. Also da oben, wo ich markiert habe, ist auf jeden Fall einer drin. Ja. Zeig dich. Oh, scheiße, hab ich gebrochen. Hab einen noch hier oben drin. Ich wusste es, dass hier noch einer drin ist. Hab einen. Da, wo ich markiert habe. Und da cross noch einer auch zu dem Haus. Noch einen knocked. Immer noch oben drin hier, ne? Da wird einer gerade gewaltt. Noch einen. Eine noch im Fenster. Eine noch im Fenster oben. Ich zeig's mich oben. Okay, gut. Noch eine Fenster. Fenster oben letzter. Fenster. Bei mir. Über mir stylusst. Schaust Fenster oben. Habe ich knocked oben. Habe ich knocked oben. Habe ich knocked oben. Schön. Da ist aber noch einer drin. Ja, da ist noch einer drin. Ja, da ist noch einer oben. Hab ich noch einen knocked. Noch einen knocked. Räuch, ruhig, ruhig. Er ist revived worden. Oben. Pass auf, nicht dass er schon hinten geschickt hat. Hier noch. Noch einer drin. Er ist pre-aimt bei der Treppe. Bei der Treppe. Felix, hast du pre-aimt? Noch einer? Noch einer? Noch einer? Noch einer? GG. GG, Digga. Nice, Alter. Was sein Ende schon wieder. Boah. Junge, Alter. Ey, wie gut spielen wir das als Team, Alter. Äh, Felix? Felix? Kein Wunder, dass er die ganze Zeit nicht redet, ne? Ja, ich bin auch so sauer, Digga. Ich mach schon einander.